Hallo mein Name ist Ray aka Relative und ich habe euch für das heutige Adventskalender Türchen einen Beatbox Kurs mitgebracht. Und zwar werdet ihr heute drei Beats lernen und das mit Hilfe von ganz starker Betonung. Ganz easy. Wir fangen auch direkt an mit Beat Nr. 1. Und der geht so. Hier kommt das Geheimnis. Ihr spricht mir jetzt einfach nur nach. Und zwar diesen Satz. Bonsai Pflanze. Einmal zusammen. Und zwar im Takt. Bonsai Pflanze. Bonsai Pflanze. Bonsai Pflanze. Bonsai Pflanze. Easy. So. Jetzt müssen wir nur noch das Ganze stärker betonen. Wir sagen jetzt einfach nicht mehr Bonsai Pflanze, sondern wir werden richtig explosiv in der Aussprache. und machen jetzt Bonsai Pflanze. Wir können es richtig explodieren lassen hier. Lassen wir die Sau raus. Machen wir es mal zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Bonsai Pflanze. Bonsai Pflanze. Bonsai Pflanze. Bam. Und damit hatten wir Beat Nr. 1. Kommen wir jetzt zu Beat Nr. 2. Der ist auch ganz easy. Und zwar geht der so. Wow, 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 wow. Hey, du hast gesagt, der ist easy. Ja. Locker bleiben. Wenn du den Satz jetzt hörst, dann denkst du dir sowieso. Boah, ist das einfach. Der Satz lautet nämlich. Bitte die kaputte Katze. Bitte die kaputte Katze. Komm, wir machen es mal zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Bitte die kaputte Katze. Bitte die kaputte Katze. Bitte die kaputte Katze. Bitte die kaputte Katze. Jawohl. Und dann machen wir das Ganze nur stärker. Einmal noch stark. Bitte die kaputte Katze. Bitte die kaputte Katze. Bitte die kaputte Katze. Bitte die kaputte Katze. Jawohl. Und wenn du es jetzt nur noch übst und immer schneller und stärker machst, dann kommen wir irgendwann bei Bitte die kaputte Katze. Bitte die kaputte Katze an. Aber das lasst dem Ganzen ein bisschen Zeit. So, Beat Nr. 3. Beat Nr. 3 auch ganz einfach. Ich mach's direkt mit Satz. Bernd kauft ein Bus-Ticket. Bernd kauft ein Bus-Ticket. Wenn wir lustig sind, machen wir auch mal Bärbel kauft ein Bus-Ticket. Und Bernd kauft ein Bus-Ticket. Es ist schon wieder nur ganz stark betont. Wir machen es mal ganz langsam zusammen. Stark betont. Lassen wir noch einmal die Sau raus. Bernd kauft ein Bus-Ticket. Jetzt noch eine Challenge. Wir werden langsam schneller. Bernd kauft ein Bus-Ticket. 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 Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann bist du auf dem besten Wege ein krasser und extrem guter Beatboxer zu sein. Ich wünsche euch eine frohe Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest. Bleibt immer kreativ und vielleicht beatboxt ihr euren Eltern was zum Weihnachtsfest vor. Das war's von mir. Euer Relative. Ach ja, falls ihr wollt, ihr könnt mir noch folgen auf Instagram und YouTube. Dann gibt es noch mehr Beatbox-Content, falls ihr noch mehr lernen wollt. Grupp-Pum-Pum. . . Bis zum nächsten Mal.